Irgendwie ist das grad nicht so in Ordnung. Möglich, aber... Ich hab keine Ahnung, was er sagt. Ich hab noch eine Idee. Er hat noch eine Idee. Er steht grad in der Welt rum und kann nix machen. Ich glaube... Ich glaube... Oh, es geht weiter. Hey! Ich bin einfach ohne Idee, ich klinge nur hier an ihn. Hey! Meine Idee hat nicht geholfen, ich hab gedacht irgendwas zieht abwärts, aber nein. Aber das klingt jetzt wieder besser. Ah, aber ich hab nichts gemacht. Das kann ich nicht. Jetzt klingt es sogar noch besser. Ja, und du auch. Waaaaaas! Oh, nochmal! Und immer besser, und immer besser, und auf einmal sitzt ich neben dir. Das ist guuuut! Mhm. Mann, ich fühl mich so, als wärst du genau neben mir. Huuuuh! Oh, Mensch! Ich hab nen cool Scheißling. Ich hab nen V-Falter. Gibt's auch nen B-Falter? Bestimmt. Ob's auch nen B-H-Falter gibt? Den gibt's bestimmt auch. Oh, Mann, ey. Das hab ich früher mal bei meiner Mama... Ach, das kann ich wirklich gesagt. Scheiße, ich hab den Monarchfalter... Was? Was hast du bei deiner Mama küsst? Ich hab die BH schon bei der Mama zusammengelegt. Hast du das so getan, als ob das ein Schmetterling ist, oder was, oder hä? Nein, das nicht, aber ich bin wegen BH-Falter grad draufgekommen. Oh, Mann. Dann wollen wir mal sehen. Ich zähle hier 21 Insekten. Oh, Mann, ich hab dich gecashert. Sechs Medaillen müssen die ganzen Bitches überhaupt. Oh, du kriegst acht. Ich krieg zwei. Achso, achso. Ja, zusammen. Ja, das ist dann korrekt. Da. 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 Ähm. Dauert das alles bei dir auch so lang? Ne, ich hab... Ich bin fertig grad, aber es hat lang gedauert, ja? Die Verbindung ist grade ganz schön doof. Wollen wir das vielleicht abbrechen und dann anderes mal weitermachen? Weil bei der Qualität ist das echt scheiße. Können wir machen, wir glitchen sogar unseren Ton. Ich glaube, er hat ja gesagt. Gut. Ja. Oh, Scheiße. Oh, jetzt geht's wieder besser. Ja. Toll. Nein! Du hast mitsingen gemacht. Ich liebe Musik. Scheiße. Was ich sagen wollte war, wir haben sogar Skype geglitscht. Ja. Ich hatte letztens, da hab ich mit nem Kumpel und Boris telefoniert gleichzeitig. Aber die haben sich untereinander nicht gehört. Was? Ich hab Boris in die Kumpel reingezogen. Und auf einmal, die erzählen beide, erzählen beide. Und ich denk mir so, warum fallen... Weißt du, die Fallen sind uns nicht immer ins Wort gefallen. Und ich dachte so, hä? Die müssen doch irgendwie mal Rücksisch auf einander nehmen oder so? Und auch mal gegen mich ein, dass sie sich vielleicht untereinander nicht hören. Und ich so, ähm, könnt ihr euch hören? Und beide so parallel. Nein. Oh, okay. Oh. Oh. Ich spinne ganz gern mein Seemannsgarn. Meistens ist es sogar noch ganz brühwarm. Das hat sich völlig furchtbar schlecht gereing. Warum brühwarm? Oh Scheiße. Da sind wir schon. Da ist schon. Bubbu. Martins ist Matrosin. Jetzt bist du auch am anderen Ufo gewesen. Yeah! Mann ey. Du klingst total gut. Ja dumm. Kommen sie mal hier weg. Hm. Oh, es riecht gut, oh, es riecht fein, das muss ein großer Haufen sein. Du bist ja eklig. Keine Kacke im Trompetenrohr bringt den schönsten Toll hervor. So, wen kann denn jetzt jemanden schleiden? Oh, komm, wir verprügeln dir beide. Ja, komm, wir sind auch ein bisschen Gangster. Ja, wir sind wie Gummihammer-Gangster. Wir suchen uns Opfer und verprügeln sie. Bist du lang geraten, ich seh dich nicht. Ich bin in der Nähe von Wasserhus aus. Was sagtest du, als ich schon neben dir stand? Ich hab dich schon noch nicht gesehen, okay? Okay. Okay, da ist jemand drin. Wer wohnt hier? Ist das Ruby? Ja, wir können aber innen drin keinen Hammer benutzen. Ja, Ruby, na, nee, komm, lass ihn hier. Warte, wir mobben hier ein bisschen das Haus. Die demolieren alles. Das ist total behindert. Kaputt, okay. Nö! So, wir brauchen einen Opfer. Ah, man kann nicht den Hammer gedrückt halten, okay. Oh, wenn einer redet, kann der andere draufhauen. Was? Na, wenn man ihn anspricht, aus Versehen... Nein, Cube. Ne, Cube mag ich auch. Glück gehabt. Können wir da einen Kaufmann der Leute verprügeln? Die, die oben rumlaufen, ja. Gut am Plan. Okay, wo ist das Opfer? Läuft ja überhaupt jemand drum. Okay, sieht schon mal scheiße aus. Ich will jemanden. Mann, hier ist jemand. Das macht mich wüten. Au! Können ja bei Schubert an die Tür klopfen. Hey, Schubert! Schubert! Ist es noch jemand? Schubert! Hier ist nur Samsel, der wird uns zwar gerne verkloppen, aber... Er hat es verdient mit seinen schlechten Witzen. Die, 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 die... Furchtbar. Ach, ist es Disco? Ne, eigentlich doch nicht, oder? Wer macht es? Mucker. Doch. Ach, dann ist er doch Disco. Oh, yeah. Ah, da kannst du niemanden verkloppen, wahrscheinlich. Ne. Aber ich kann geil tanzen. Das ist sowieso gut. Ich finde den Namen im Englischen irgendwie besser. Was? Vom Club Kalauer. Wie ist der? Ach so, ich dachte, du kennst den. Der Club lautet im Englischen Club Loll. Loll? Ja. Und ich finde das ganz passend. Wenn man bei Samseld nicht lacht, kann man immer nur ein ironisches Loll hinterlassen. Du tanzt dich mit? Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ich stehe vor der Tür. Ich mache die Tür auf. Ich tanze voll alleine mit dem Hahn. Hm. Du musst schon mit dem Hahn tanzen. Mit dem Cock. Du darfst nicht, du musst so coolen Moves machen. Geht doch. Warte. Moves that ass. Alter. Mach doch mal nebenwischen. Tanze auch, damit ich für die Bumpen hält. Hier sieht scheiße aus. Nach vorne. Hallo? Du dumm. Ding. Yo, yo. Yo. Shake that ass. Shake that ass. Shake that ass. Warte mal. Erinnerst du dich noch? Das sind wir in der Disco. Yeah. So sitzen wir natürlich auch mit DS in der Disco. Nehmen wir mal. Guck auf diesen Screen. Und wir spacken übelst ab. Blah 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 blah. Oh, ja, ist doch der! Oh, oh. Dunkel. Ist mir egal. Waaaas? Warte mal, weißt du, ist, dann hab ich Angst! Oh, oh. Okay, wir sind dumm. Krass! Muskelmuskelmuskelmucke Yo, 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 yo! Es gibt's aber cool, dass wir das tatsächlich alles übersetzt haben! Was haben wir übersetzt? Na da hinten stand auf Deutsch, Club Kalauer! Oh! Yo, yo! Yo, yo! Was sagst du, Samzelt? Heute Abend feiern wir mit DJ Kake einen coolen Club! Oh! Das wird garantiert ein riesen Spaß! Guck mal, Samzelt, ich hab vom dümmsten Mensch der Welt einen Tanz gelernt! Der geht so! Oh, den hab ich nämlich auch mal gesehen! Äh, gehört! Ne, was? Guck mal, ich tanze zusammen mit Samzelt den gleichen Tanz! Ja, komm, wir tanzen alle den gleichen Tanz! Hast du den Tanz schon? Ja, klar! Oh, geil! So dämliche Tanz, ey! Wie hat man so die Beine dann wegtreten? Nee, das ist so dämlich! Das kann man gar nicht tanzen, ne? Wenn ich mal Nadisse bin, dann stell ich mich auch so mitten auf dem Dancefloor und mach den die ganze Zeit so! Perfekt! Das hinten drin machst du dann so! Ich feier so! Yay, yay, yay! Und dann mach ich den S-Move! Ne, die war da! Man sieht nicht so gut! Huhuhu! Huhuhu! Das ist so doch! Und alle anderen stehen um dich drum herum machen das! Oh Gott! Was sagt eigentlich Hannes? Ist das Hannes? Ne, Waldemar! Oh nein! Waldemar hat meine Eltern getötet! Jetzt Waldemar! Waldemar hat meine Eltern getötet! Oh, ich kann gar nicht da hoch gehen! Schade! Ja! Mir fehlen schon mal zwei von diesen pupsenden Dingern! Puuup! Was? Na, von diesen Geräuten! Da gibt's doch viele, die richtig pupsen! Ja! Und die würde ich da alle hinstellen! Nun gibt's ganz viel Pups-Spaaass! Was hast du damit vor? Ich höre die Musik immer noch hier draußen! Hey, Mama, Platz! Ich will durch! Hey, auf der Tanze! Ich will durch! Nie! 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 Ha! Und oben hat mir das immer leichter angeht! Nie! Kann man das eigentlich auf der Bank benutzen oder so? Nee, man kann nur mit seinem Hammer rumsitzen! Toll! Das ist ja lame! Ich will trotzdem hier warten verprügeln! Am liebsten hier... Wie heißt hier nochmal? Bruno? Manfred? Diesen einen doofen Bären! Den ich verschleiden kann! Es gibt so einen Experten, das ist richtig! Ich mag den nicht! Ist der irgendwo in der Bank? Ja! Irgendwo links, dachte ich doch, oder? Unten! Unten in der Mitte! Also... Fünfmal so hohes Haus nach links! Oh, hallo Cube! Cube sagt mir nicht! Nein! Hier ist ne Bank! Ah! Ah! Das sind ja bei Blumen! Ja! Moment! Was... Was tust du? Hä? Spring mal nach rechts runter! Du bist ein bösartiger Mensch! Weißt du was? Ja! Das ging daneben! Wann gehässt du denn nochmal den schon schleiden kannst? Ich hab seinen Namen vergessen! Günter? Bruno? Arschgesicht? Das war's! Arschklauen! Das war's! Arschklauen! Genau! Ich will mit dir erstmal Arschklauen! Er hieß Kurt! Warte! Jetzt ist übelst kalt! Ich muss mir unbedingt... Socken anziehen! Socken! Das ist schon besser! Oh! Socken! Jocken! Jocken! Hey! 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 Oh! Ich will auf dem O! Und ich der müde! Tapimüde! Okay! Hey! Will ins Bett! Na! Oh! Hahaha! Ich muss mich... Hallo Dreiß ich mal im Biss! Hahaha! Ist das so sinnlos? Wichtigstes Item dem ganzen Spiel! Definitiv! Schreibt euch alle in die Kommentare und schreibt Ich bin der Sau haufen! Habt ihr aber nicht! Hahaha! Schau dich dafür, das war gemein. Was? Oh, wer hast du mich denn noch getroffen? Deeeh. Du, ich seh dich trotzdem. Kann ich wahr. Hey, Überraschungsangriff. Oh, die hasse ich. Moppelkreis. Sagt die irgendwann was dazu? Ich weiß nicht. Sie macht auf jeden Fall mal große Augen, das ist voll klasse. Hey, bitch. Hey, bitch. Jetzt wohl redest du nicht mehr mit mir, oh. Hey, die schlagen, nicht mich. Sie sagt nichts. Sagt die was zu mir? Oh, was verschafft die Ehre? Ich hab halt Spalte lieb. Schlag, schlag, schlag. Weißt du was? Mir doch egal. Ich glaube, sie ist nicht sehr beeindruckend. Wurde gesagt, wenn ich sie damit schlage, sehen sie aus. Aber ich glaube, ihm wurde schon viel mehr erzählt bei Animal Crossing. Ja, ich hab Dildo-Hammer gesagt. Komm, lass mich in Ruhe, Mann. Ich möchte das in Trauer genießen, neben diesem toten Baum. Kannst du dir deinen Totenkopf anziehen. Das ist eine gute Idee. Das ist eigentlich eine Zitronen auspacken. Eine Kirschbett. Oh toll, ich hab die Dauro-Brille noch auf. Sieht super aus. Das ist auch eine schöne Thumbnail. Die Deppenthal. Oh, die Teile muss ich... Hat sie noch Blätter zwei? Ja. Ich bin begeistert. Ich bin auch begeistert. Platz ein. Mir kommen gerade voll krass die Credits. Ey, hab ich zu flagen. Ich komme gerade voll episch die Credits an. Au, 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 au. Einwohner, Maseru, Cube, Co, Trubina, Hirnchen, Thomas, Tatjana, Gustavia, Apollo, Axel. Alter! Stadtkonik von Sheila. Jume wurde getötet von Elik. Und dann setzt es mich daneben. Oh. Geh weg. Ups. Ich bin zur Schule gegangen. Oh nein. Also fast. Äh, äh, äh. Es ist der Totenkopf-Mörder. Der Töte Totenköpfer. Der Totenkopf-Bärtige Bertha-Bürgt. Hui. Es ist ja witzig, wenn eine Frau mit Frauenbart Bertha heißen würde. Kennt ihr schon den Witz mit, wie bringt man ein reiches Mädchen zum Lachen? Ne, wie? Man kitzelt hier einen Sack, Gucci, Gucci, Gucci. Uuuuuh. Das ist dumm. Das habe ich schon irgendein Mal in der Let's Play schon mal gebracht. Das werde ich noch bringen. Ich weiß gar nicht, wenn das hochgeladen wird. Ich fand das lustig. Wo bist du? Hey, da muss ich in der Baum verstecken. Jetzt finde ich dich nicht mehr. Hey. Äh, ah! Das hast du davon. Das hast du davon. Komm, ich bring dich zum Baunhof. Okay, ich hab die Blumen kaputt. Ey, 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 hier, ne? Kann gar nicht, man schlägt über die Blumen. Das ist doof. Oh, hier ist gar keine Brücke. Ey, hast du mal bitte mal auf für mich zu schlagen? Bestes Item ever. Bestes Item ever. Man kann Dinge einfach schlagen, Mann. Ey. Oh, man kann die Pinnwand nur lesen. Aber nicht von der Rückse... Oh. Du bist so doof. Hö, wie hast du mich getroffen? Ey, sogar da hast du mich getroffen. Es ist Magie. Ich glaub, es ist ein Gummihammer. Es ist Gummimagie. Jetzt seh kein Dauf. Gummi. Wo bist du hin? Ach da! Ich hab auf den Zug gewartet, wie immer. Wie in echt. Verspätung. Ausfall. Okay, ich besteh den Zug mal her. Okay. Gehst du etwa schon? Ja, ich bin's weg. Ja, ist mein. Bitte. Jetzt müsste jede Sekunde da sein. Bitte. Erik aus Alkadeus. Alkadeus. Tadeus. Tadeus, Deus, Deus. Tadeus, Deus, Deus. Kehrt zurück. Warten auf den Zug. Wie im echten Leben. Tschüssi, Elik. Bye, bye. Ich mag Tügel. Möchtest du noch eine bessere Verabschiedung sagen oder reicht dir das so? Das reicht mir. Das reicht mir so. Okay. Bye. So. Tüpp, 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 tüpp. Tüpf, tüpp. Hyмы. Tüpp. Vielen Dank.